Ich begrüße Sie zum heutigen Tele-Show-Fix, in dem wir erneut eine technische respektive wissenschaftliche Neuerung in den gesellschaftlichen Kontext stellen. So ist es nämlich seit 90 Jahren, Auftrag der Journalistenvereinigung Tele, der ich vorsitze. Vor drei Jahren hat sich unser gemeinnütziger Verein für Personen geöffnet, die nicht als reine Medienvertreter tätig sind. Deshalb freut es mich im Auditorium, außer Journalistinnen und Journalisten, auch Ingenieure, Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks, der Fraunhofer Gesellschaft, von Firmen wie Ari, Huawei, UFB Media, Bavaria Studios, ALC Networks, Tech, Mahindra und weitere zu wissen. Besonders freut mich, hätte es mich gefreut, dass Ministerialdirektor Michael Höhenberger der Tele die Ehre gegeben hätte. Er ist Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales und seitetwegen haben wir jetzt 20 Minuten noch länger gewartet. Es kann aber sein, dass er noch auftaucht, also wenn es dann Unruhe gibt, dann hat es damit zu tun. Ich bitte, da sind wir bei den Präliminarien, alle Anwesenden sich aus vereinsrechtlichen und steuerlichen Gründen in die Anwesenheitsliste einzutragen, so dass noch nicht geschehen ist. Und für diejenigen unter Ihnen, die den Tele-Newsletter beziehen wollen, liegt hier vorne am Eingang eine Liste aus, in die Sie sich bitte mit Vorname, Name und E-Mail-Adresse eintragen können. Warum wir das machen, liegt an der DSGVO. Die erfordert nämlich genau diese Trennung zwischen einer Anwesenheitsliste und einer Wunschliste. Ferner weise ich darauf hin, dass dieser Tele-Show-Fix mit Foto- und Videoaufnahmen dokumentiert wird und bitte all jene, die damit nicht einverstanden sind, von ihrer Teilnahme abzusehen. Ich sehe, keiner steht auf, dann passt es. Wenden wir uns dem Thema des heutigen Abends zu, der fünften Generation Mobilfunk. Ich hatte ja in die Einladung geschrieben, jenseits von Robotik und Gigabit Streaming. Der Grund ist ganz einfach, was mit 5G einhergeht, ist nichts Geringeres als eine Neuvermessung der Welt, und zwar die Welt der Funkfrequenzen, besonders solcher, die sich kommerziell nutzen lassen. Vergessen wir nicht, es geht um die fünfte Generation Mobilfunk. Und Mobilfunk hat es noch nie für lau gegeben. Hier geht es um Fründe, Kosten, Kundenakquisitionen, Kundenbindungen und Geschäftsmodelle, kurz ums Geld. Daher müssen Bedenken und Befürchtungen der Bürger eher zurückstehen. Zu populistischen Aufregelthemen sind Strahlenbelastung und Hochfrequenz. Weite Teile der Bevölkerung verstehen das 5G zugesprochene mehr an Leistung als mehr an Sendeleistung und höhere Frequenz als höhere Schädlichkeit und höhere Zelldichte als mehr Strahlenbelastung. Da tut Aufklärung Not, aber das ist heute nicht Thema dieses Abends. Der 5G-Mobilfunk kann vieles besser als seine Vorgänger. Sei es mehr Bandbreite, höhere Übertragungsraten, geringere Latenzzeiten, weniger Stromverbrauch. Aber 5G kann das nicht alles gleichzeitig. Das ist jetzt durchaus auch als Kritik von der berichtenden Journalie zu verstehen. Denn auch in der 5. Generation bleiben die Gesetze der Physik gültig. Zum Beispiel 1, höhere Frequenzen, geringere Reichweite. Engmaschigeres Netz von Baustationen, weniger Sendeenergie, hat ja auch sein Gutes. Dafür braucht man mehr davon. Ich bedanke mich jedenfalls bei den Referenten für ihre Bereitschaft, hier und heute eine so wichtige Neuerung wie die 5. Mobilfunkgeneration aus ihren jeweiligen Blickwinkeln zu beleuchten und den jeweiligen Nutzen für Menschen, für die Menschen herauszustellen. Denn wie kaum eine andere Technologie sind von 5G alle Bereiche dieser Gesellschaft betroffen, wenngleich noch nicht durchdrungen. Aber das kommt noch und das ist ganz sicher. Denn die wesentliche Neuerung an 5G sind weder Strahlenbelastung, hohe oder niedrige Sendemasten, flächendeckende Antennenfelder oder Funkanlagen für niedere, mittlere, hohe oder höchste Frequenzen, sondern die Vereinheitlichung der Protokolle, mit denen technische Geräte auf die ähnliche Ressource Funkspektrum zugreifen. Was uns dann aussteht, ist eine Gleichschaltung der Drahtloskommunikation in der Art des Internetprotokolls. Sie hat die Kommunikation vereinheitlicht und verbilligt, ja, dafür Ausspürorgen aller X-Keyscore den Weg in die Endgeräte bereitet. Hat immer so und so. Begrüßen Sie mit mir also zunächst unsere Referenten, Dr. Jörg Ochs, an meiner Seite, Helden Lesch, auf dieser Seite, ich schüttere mich her. Jochen Metzger und Gerhard Kafka. Dr. Jörg Ochs ist Geschäftsführer der Stadtwerke München Infrastruktur, eine Tochter der Stadtwerke München. Er ist heute unser Gastgeber, weil unsere Teleschrift fix aus dem Inglück nicht angeboten Ort dem internationalen Besseclub München stattfinden kann. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Begrüßen Sie Ferner Jochen Metzger vom IET und Helden Lesch vom Bayerischen Rundfunk, denen ich vor gut zwei Wochen auf der Fachtagung Media Road 2019 im Institut für Rundfunktechnik begegnet bin. Sie werden uns über einen technologischen Meilenstein bei der Realisierung der 5G-Technik im Rundfunk und die Chancen für 5G in der Produktionskette informieren. Der Rundfunktechnik-Ingenieur Jochen Metzger kennt den Mobilfunk von Beginn an als Funknetzplaner bei Mannesmann, Vodafone D2, Vodafone Valencia, München etc. Heute arbeitet er als Brokerist in der Geschäftsleitung des IET und leitet dort das Geschäftsfeld Netztechnologien. Diplomkaufmann Helden Lesch, jetzt muss ich in die richtige Richtung schauen, gerade hätte ich den Hermetzger anschauen müssen, Entschuldigung. Ist Hauptabteilungsleiter für Verbreitung und Controlling beim Bayerischen Rundfunk, wo er mehrere Jahre die Hauptabteilung Planung und Technik geleitet hatte. Zuvor war er für die Verbreitung der Hörfunk- und Fernsehprogramme des Bayerischen Rundfunks über Kabel, Satelliten, Antenne verantwortlich und war Geschäftsführer der Bayerischen Medientechnik GmbH und der Bayern Digitalradio GmbH. Diese beiden werden uns über das Wie und das Warum informieren. Um das Was kümmert sich jetzt unser Referent Gerhard Kafka. Er ist Berater des Breitbandbüros der Bundesregierung, hilft Firmen bei der Planung globaler Netzwerke, beurteilt Technologien und Produkte, bewertet Sicherheitsrisiken und verfasst Marktstudien. Seine Referenzliste liest sich wieder Suhr aus Industrie, Handel, Finanz und Telekommunikation. Ich übergebe das Wort an Gerhard Kafka. Vom Ablauf her haben wir uns das so gedacht, an dieser Stelle sitzt immer der Referent und wir anderen hören ihm von da vorne zu. Und ich mache dann Reise nach Jerusalem mit dem Zähler. Was hast du für ein Buch gedrückt? Ich, äh... Oh, das schlägt doch einfach. B für Blatt und wie für Reut. Ach, das weiß man nicht. Ja, ich will nach hier für Reut. Ja, von meiner Seite ein herzliches Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist ja schon die dritte Veranstaltung von Tele zum Thema 5G. Also über Grundlageneigenschaften hatten wir uns schon unterhalten. Ich habe heute ein bisschen was Aktuelles zusammengestellt. Die Referenten hat der Anokal gerade vorgestellt. Ich stelle mich nicht vor. Die Folien, die ich hier zeige, stehen Ihnen nach der Veranstaltung zur Verfügung. Nur für diejenigen, die mich nicht kennen, bin seit 30 Jahren selbstständig tätig. Und in den drei Bereichen, die Sie da unten, ganz unten links sehen, Trainingsbereich steht an erster Stelle, weil im Dialog mit den Teilnehmern lerne ich immer wieder was dazu. So wie letzte Woche hier im Haus bei den Stadtwerken München hatten wir einen ganztägigen Workshop zum Thema 5G. Warum, wird vielleicht der Herr Dr. Ochs ein bisschen andeuten. Das war sehr interessant und bei solchen Gelegenheiten lerne ich dann immer wieder, wie die Wirklichkeit aussieht als Berater. Ansonsten als Journalist tätig, schreibe für nationale und internationale Zeitschriften. Ja, 5G ist in aller Munde, in allen Zeitschriften. Das ist ein Cartoon aus der Süddeutschen Zeitung. Damit habe ich vielleicht mal schneller besser keinen Empfang. Wir werden sehen. Damit der Hype nicht zu groß ist, habe ich hier mal den Hype-Cycle von Gartner. Gartner, einer der renommierten Marktforscher, mitgebracht. Die bringen so jedes Jahr im Juni, also im nächsten Monat wird es einen neuen Hype-Cycle geben. Ein Blick auf neue, kommende Technologien. Und Sie sehen, wo 5G ist. Also wir haben noch nicht mal den Gipfel der Erwartungen erreicht. Vielleicht sind wir ein Stückchen höher, aber die große Ernüchterung, der Absturz in das Tal der Tränen, der steht uns allen noch bevor. Und Gartner hat sich in der Vergangenheit selten geirrt. Ich erinnere nur an das Platzen der Internetblase 2000. Da war Gartner damals der Einzige, der diese Kurve so gezeigt hat und niemand hat es geglaubt. Gut, das nur zur Darstellung. Dann hatten wir in der Einladung mal geschrieben, Strahlenbelastung ist 5G noch zu stoppen. Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Das war jetzt im letzten Monat, das hat tatsächlich geklappt. In Brüssel hat man es geschafft, die 5G-Pilotversuche zu stoppen. Eine Woche später war es in Genf. Dann hatten wir in Deutschland die anstehende Frequenzversteigerung, die immer noch läuft. Sage ich gleich ein paar Worte dazu. Es gab im Dezember einen Aufruf zu einer Petition. Die ist also bis drei Tage vor Petitionsschluss so dahingetümpelt. Und Sie sehen da unten ist so eine Kurve. Drei Tage vor Schluss der Petition sind dann die 50.000 Unterschriften erreicht worden. Also wenn das nicht manipuliert war, dann gebe ich meinen Job auf. Gut, also die Petition hat aber nichts bewirkt. Die Aktion läuft, so läuft immer noch. Die Mobilfunkgegner, ja da ist die Diagnose Funk sehr aktiv. Der Geschäftsführer, dem hat man mal einen Mobilfunkmast vor das Haus gebaut. Und seit der Zeit bekämpft er den Mobilfunk, wo es geht. Kann man auf seiner Webseite sehr gut nachlesen. Die Devise bei ihm heißt, der Mast muss weg. Aber der Mast ist es nicht, weil das Informationszentrum für Elektrosmog, das sagt, nicht die Masten sind das Problem, sondern die Handys. Also dann beides weg und wir haben keinen Elektrosmog. Aber kommunizieren können wir dann auch nicht mehr. Wer hat ein Wort zu sprechen? Das ist im Augenblick die Regulierungsbehörde namens Bundesnetzagentur, die in zwei Bereichen im Moment tätig ist. Das sind die Frequenzversteigerungen oder die Frequenzversteigerung, die augenblicklich läuft. Und zum anderen haben wir das Thema Elektrosmog, Strahlungsleistung. Da habe ich nur zwei Folien mitgebracht. Die sind von der Weltgesundheitsorganisation. Die empfohlenen Werte, die bewegen sich so zwischen 30 und 60 Volt pro Quadratmeter. Und genau diese Werte hat das Bundesamt für Strahlenschutz, sitzt hier in der Nähe, in München, auch in die, wie heißt das so schön, 26. Bundesemissionsschutzverordnung übernommen. Alles ist dort nachzulesen. Aber zum Thema 5G, und den Link habe ich Ihnen hier mitgebracht, können Sie ein Interview von der Strahlungsbehörde nachlesen. Man kommt also im Augenblick zum Ergebnis, dass es keine nachweislichen Einflüsse gibt und sagt auch nochmal ganz deutlich, diese vielen Studien, die draußen sind, ja, es sind alles Einzelfälle, es hat Probleme gegeben, es wird immer Probleme geben. Aber wissenschaftlich nachweisbar ist der Einfluss vom Mobilfunk noch nicht erfolgt. Das ist Tatsache und man darf ruhig darüber diskutieren. Man soll auch darüber diskutieren, man soll aber auch die Tatsachen berücksichtigen. Und die Tatsache, das muss ich immer wieder erwähnen, auch in meinen Workshops, 5% der Bevölkerung sind elektrosensitiv. Und die armen Leute spüren was. Aber das fängt bei unserem Wechselstrom bei 50 Hertz an und zieht sich dann in höhere Frequenzbereiche. Gut, hier habe ich noch eine sehr interessante Studie aus der Schweiz gefunden, die die Strahlenbelastung mal in der realen Umwelt gemessen hat. Wir haben vorher gesehen, 30 bis 60 Volt pro Quadratmeter. Der höchste Wert, den Sie im Freien gemessen haben, und das ist der Balken, der am weitesten nach rechts geht, ist in der Eisenbahn im Zug, weil das wie ein fahrradäischer Käfig wirkt, wir sehen mal genau 0,55 Volt pro Quadratmeter. Also Größenordnungen weg von den gesetzlichen Grenzen. So, zu den Frequenzen ganz kurz. Wir haben die Auktion in Deutschland, die nicht ausschließlich auf die Technologie 5G abgestimmt ist, aber wir haben Frequenzen im 2 GHz und im 3,6 GHz Bereich zur Versteigerung. Und ich habe gerade, bevor ich losgefahren bin, noch mal auf der Netzseite nachgeguckt. Wir waren der Meinung, am 28. Mai ist die Versteigerung vorbei. Nein, sie läuft noch und sie läuft noch und sie läuft noch. Was passiert? Es sind, also im 2 GHz Bereich sind wir stabil, sind vier Anbieter, die dabei sind, die drei klassischen Mobilfunkbetreiber und dazu kommt noch eins und eins mit der Tochter Drillisch als Neuling. Im 2 GHz Bereich sind die Frequenzenblöcke stabil, da tut sich nichts mehr. Bei 3,6 GHz gibt es insgesamt 29 Blöcke. Einer davon ist uninteressant, das ist der Oberste, können Sie dann nachlesen. Der ist schon seit Wochen stabil. Aber um die anderen 28, da kämpfen die vier. Und wenn man 28 durch vier teilt, dann würden für jeden Teilnehmer sieben Frequenzblöcke überbleiben. Nein, die Deutsche Telekom ist der Meinung, ihr stehen neun Blöcke zu und das können Sie jederzeit nachvollziehen. Bei jeder Runde, das war jetzt die 300 oder 430. Runde, die da gelaufen ist, an einem 10 MHz Blocks, da kämpft dann immer wieder einer, gerade der, dem der Block von der Telekom genommen worden ist, der holt sich den woanders wieder. Das ist jetzt so ein Spiel. Wir sind im Augenblick bei einer Summe von 6 Milliarden Euro. Geschätzt wurden so zwischen 3 und 5. Also, ja, die UMTS, das Desaster wird sich wohl nicht wiederholen, aber es ist im Moment noch kein Ende abzusehen. Ich habe ihn dann zusammengestellt, nur zum Vergleich, was in anderen Ländern passiert ist. In England waren es 1,3 Milliarden Pfund, in Italien waren es immerhin 6 Milliarden Euro, allerdings waren da noch 700 MHz und 26 GHz Frequenzbereiche dabei. In Schweden war es billig, 274 Millionen Euro. In der Schweiz war es noch billiger, ne, 330 Millionen Euro. Aber, was ist in der Schweiz passiert? Die drei Betreiber, die Frequenzen sind im Februar versteigert worden und im April ist europaweit oder weltweit das erste oder das größte 5G-Netz in Betrieb gegangen. 54 Ortschaften, 102 Standorte und sie hatten vorher vielleicht aufgepasst. In Genf hat man also gesagt, keine 5G. Ich habe dann, nachdem ich die Presseinformation gelesen habe, die Swisscom persönlich gefragt, habe ich gesagt, ja, und da steht ja auch Genf dabei. Jetzt bin ich etwas verwirrt, ihr nehmt Genf in Betrieb, der Betrieb ist allerdings gestoppt. Nein, wir respektieren die Gesetze, also in der Ort, in Genf ist im Moment Funkstille. Dann gab es eine Auktion in Dänemark, in Österreich, da kommen gerade mal 188 Millionen Euro raus. Österreich insofern interessant, weil drei oder vier Wochen nach Ende der Versteigerung ist dort auch ein landesweites 5G-Mobilfunknetz in Betrieb gegangen. 17 Gemeinden, fünf Bundesländer, insgesamt 25 Standorte. Der Betreiber ist die T-Mobile und die T-Mobile-Gruppe gehört zur Deutschen Telekom, verwendet jetzt Österreich als Testfeld für diese neue Funktechnologie. Und das ist eine interessante Folie, die habe ich irgendwo gefunden. Da hat man umgerechnet, wie viele Dollar pro Megahertz pro Kopf der Bevölkerung in den verschiedenen Ländern ausgegeben worden ist. Da steht Italien an der Spitze mit ungefähr 40 Cent für den Betrag. Und ich habe jetzt mal nachgerechnet, was es in Österreich gekostet hat. Das waren gerade mal 6 Cent. Und beim jetzigen Stand der Auktion in Deutschland, da kommen gerade mal 12 Cent raus. Aber immerhin doppelt so viel, was wir in Österreich gesehen haben. In den USA sind Frequenzen versteigert worden. Und die Folie finde ich am interessantesten. Was hat man in Japan gemacht? Man hat den vier Betreibern die Frequenzen zugeteilt und die haben dafür nichts bezahlt. So kann man es nämlich auch machen. Interessante Variation. Da ist noch das Ergebnis von Kanada. Und jetzt komme ich zu den Einsatzmöglichkeiten. Da habe ich mal eine aktuelle Geschichte herausgegriffen. Wenn hier steht 5G und Satellit, dann kann man mal davon ausgehen, dass 5G, die fünfte Mobilfunkgeneration und die Glasfaser direkt zusammenhängen. Es sind keine Konkurrenten. Die Technologien ergänzen sich. Und man kann im Prinzip sagen, 5G ist die verlängerte Glasfaser. Also wir werden eine Verdichtung der Glasfaserinfrastruktur auch in Deutschland erleben. Aber überall dort, wo keine Glasfaser und wo weiße Flecken sind, bietet sich der Satellit an. Wir kennen die Internetkommunikation über Satellit von den Geostationären. Höchst uninteressant, weil die Laufzeiten im Sekundenbereich gerade nicht lustig sind. Aber es gibt zur Zeit, glaube ich, insgesamt 5 Projekte mit erdnahen Satelliten. Die ersten Satelliten sind zum Test schon hochgeschossen, die dann, also ein System soll dann bis zu 1200, aus 1200 Satelliten bestehen, im erdnahen Bereich auch die weißen Flecken mit entsprechender Bandbreite versorgen können. Und hier aus dem Bild sieht man eben, dass 5G sämtliche Bereiche, Energiebereiche, Medienbereich und die Logistikbereiche mit Bandbreite, mit vernünftiger Bandbreite versorgen können. Wir sehen auch ein großes Einsatzgebiet im Energiebereich. Da gibt es einen europäischen Verband, der hier eine ganze Liste zusammengestellt hat, warum 5G so interessant ist. An erster Stelle die hohe Verfügbarkeit, die liegt mit 4 bis 5 Neunern im einstelligen Minutenbereich. Von der Ausfallzeit umgerechnet auf das Jahr. Niedrige Laufzeiten, wir sprechen ja auf der Funkstrecke von Laufzeiten in der Größenordnung von einer Millisekunde und im Ende-zu-Ende-Bereich Größenordnung von 5 Millisekunden. Müssen Sie aber bei solchen Rechnungen immer noch die Lichtgeschwindigkeit in Betracht ziehen. Die schafft halt in der Millisekunde gerade noch, das Licht schafft geradezu mal 300 Kilometer und unsere Glasfaser, die schafft gerade mal 200 Kilometer in der Millisekunde. Also wenn es zeitkritische Anwendungen und wir haben natürlich einen ganz großen Bereich oder zwei große Bereiche mit zeitkritischen Anwendungen für 5G. Das ist der industrielle Bereich, Industrial, Internet of Things und das andere sind die autonom fahrenden Fahrzeuge. Nicht nur die auf der Straße, sondern auch auf der Schiene, in der Luft und zu Wasser. Da wird überall dran gearbeitet. Gut, dann kommen wir zu unserem heutigen Thema. Ich beobachte dieses Forschungsprojekt 5G Today schon seit letzten Jahres. Vor ein paar Wochen war im Institut für Rundfunktechnik eine zweitägige Veranstaltung, wo dieses Projekt offiziell mit dem berühmten roten Knopf in Betrieb genommen worden ist. Bei dem Projekt geht es jetzt darum, 5G als Technologie da zu benutzen, um Rundfunk- und Fernsehprogramme über dieses Medien zu verbreiten und wie das in der Praxis funktionieren soll, das hören wir dann gleich. Projektpartner neben dem Bayerischen Rundfunk und dem Institut für Rundfunktechnik sind noch Katrain, gerade in den Schlagzeilen, die ja von Eriksen demnächst übernommen werden sollen, Rode und Schwarz und die Telefoniker als Mobilfunkbetreiber. Zwei Standorte, einer am Wendelstein, da stammt das Bild her und der zweite Standort ist in Ismaning bei München, wo im, wenn ich richtig informiert bin, im 700 MHz Bereich Rundfunk- oder Fernsehprogramm ausgestrahlt wird. So, zusammengefasst, fünfte Mobilfunkgeneration, wir sehen eine evolutionäre Weiterentwicklung der bisherigen Standards, bisherige Standards aus LTE, vierte Mobilfunkgeneration, aber es gibt auch revolutionäre Ansätze. Revolution ist zum Beispiel die hohe Verfügbarkeit, der niedrige Energieverbrauch, das muss auch nochmal dargestellt werden, gerade für IET-Anwendungen und die Umweltbelastung, wir benötigen für 5G nur mehr 90, nur mehr 10% der Leistung im Vergleich zu 4G. Die Standardisierung ist noch im Fluss, wir werden neue Frequenzen haben, also Frequenzen in sehr hohen Frequenzbereichen, 28 GHz, 60 GHz, 80 GHz, es gibt neue Eigenschaften, es wird neue Dienste geben, es wird neue Geschäftsmodelle geben und für mich ist 5G wirklich die Realisierung von FMC und FMC steht für Fixed and Mobile Convergence, also die Konvergenz aller Netze. Wir haben jetzt eine einheitliche Kommunikationsinfrastruktur, bestehen aus Festnetz, vorzugsweise die Glasfaser und im Mobilfunkbereich vorzugsweise die fünfte Mobilfunkgeneration, weil der Hinweis niedriger Energieverbrauch, alle diejenigen, die eigentlich gegen 5G-Wetern müssten theoretisch doch dafür sein, weil wir ja nur mehr 10% dieser Energie verbrauchen. Ja, wir werden mehr Antennen haben, aber ich glaube im Endeffekt teilt sich das auf. So, das war es von meiner Seite. Und dann darf ich das Wort an den Herrn Metzger überlegen. Ja, ich mache Karten. Ich muss da jetzt, wie ich in der Mitte bleibe. Genau, hinter der Kamera. Okay. Ja, Herr Krahl, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, ich darf heute berichten und zwar über 5G aus Sicht der Medien, Produktion und Verbreitung. Wir kennen, also vorhin kam es ja schon in der Einführung, ist eine Mobilfunktechnik, das sehen wir übrigens grundsätzlich anders. Das ist eine Technik, die vielleicht in der Vergangenheit aus der Mobilfunkecke kam, aber der Standard, der dort definiert wird, ist ja gerade eben auch für andere zugänglich. Und das ist eigentlich der Unterschied zu 5G, weil ich wurde am Anfang gefragt, warum bitteschön soll der Rundfunk sich bei 5G mitmachen? Wir haben bei 2G nichts gemacht, bei 3G nichts gemacht, bei 4G nichts gemacht. Warum jetzt bei 5G? Die Idee dort ist eine andere, weil es eine völlig neue Ende-zu-Ende-Kommunikationstechnik ist, die zwar aufsetzt auf dem anderen, aber eben für ganz bestimmte andere Branchen einsetzbar ist und vor allem auch unabhängig einsetzbar ist. Und das ist der Antrieb für uns gewesen, dass wir uns mit dem Thema 5G auseinandergesetzt haben, aus der Mediensicht. Deswegen der Titel 5G für Produktion und Verbreitung von Medien. Du bist ja ein bisschen lauter. Ich kann auch gerne lauter sprechen, genau. Das ist noch der Dr. Beutler drauf vom Südwestrundfunk, das liegt daran, weil wir sehr eng mit ihm zusammenarbeiten und wir da uns auch die Folien immer wieder gegenseitig austauschen, weil der auch ständig auf Werbeshow ist. Ja, 5G, ein Newsflash mal, also man kennt es ja aus der Presse, How 5G will transform the way we live. 5G ändert alles, ist der Zungenschlag. Dann hier, Huawei ist ja auch in der Presse drin. Huawei ist ja immer so zwiespältig, großer Netzausrüster auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht gut gelitten, weil sie in Verdacht stehen, dann doch immer solche Spionagesoftware einzubauen, die nach Hause telefoniert. Dann gibt es den Punkt, 5G ist nicht nur eine neue Generation, another G, nein, es ist vor allem ein Paradigmenwechsel, der damit angekündigt wird. Dann in UAE, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben bereits 5G eingeschaltet. Das ist spannend, weil wir haben gerade gehört, die Standardisierung ist noch gar nicht durch. Dann noch mehr 5G-Services sind bereits für 2019 geplant in den USA. Und wir haben es gerade schon gehört, genau, auch die Medienseite, TV-Industrie nimmt Fahrt auf, 8K, also die Videoauflösung ist dann besonders hoch. Und wir sehen hier jetzt die 300. Runde, das ist schon wieder ein paar Tage her, bei der Versteigerung. Ja, und dann, meine Lieblingsfolie, endlich Star Wars Hologramme werden wollen, mit 5G-Technologie. Also 5G löst alle Probleme, ist das Versprechen. Und wir haben beim Gartner Halbcycle gehört, naja, das ist noch nicht mal das Ende. Also wir glauben auch, das wird sich noch gut ein bisschen runterkochen. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, das 5G-Versprechen, wie man es jetzt in der Presse kennt, Breitband für alle, neue Dienste und vor allem neue Geschäftsmöglichkeiten. Man sieht die Dollars in den Augen. Ja, es wird aber, glaube ich, doch nochmal alles relativiert werden. Dann hier nochmal die Sicht zum Beispiel von Nokia, die da sagen, jawohl, es wird 10.000 Mal mehr Traffic geben, es wird 10 bis 100 Mal mehr Geräte geben, die Latenzzeiten gehen runter, die Batteriestandzeiten gehen hoch. Ich glaube, das ist nachher noch wichtig für Smart Cities. Da können wir vielleicht nachher nochmal was dazu hören. Genau, Maschinen-to-Maschinen-Kommunikation wird super billig. Die Daten, Spitzendatenraten gehen hoch, aber auch die Durchschnittsdatenraten gehen hoch. Und das alles sind Anforderungen für den Zeitraum ab 2020. Klar, Nokia ist Ausrüster, alles wird schön. Dann haben wir hier noch die Sicht der Europäischen Kommission. Die ist auch noch spannend, weil die dann zum ersten Mal hier auch einbringt, welchen Lebensbereichen 5G überall denn, ja, aufscheinen könnte. Also da ist Entertainment ein Thema, Smart Grids ist ein Thema, die Car-to-Car-Kommunikation ist ein Thema, wenn die Autos mal tatsächlich selber fahren. E-Health, Telemedizin ist ein Thema und wir vermissen da immer ein bisschen Medien, weil wir bringen ganz schön viel Daten mit. Also Video ist richtig anspruchsvoll. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, naja, da müssen wir auch die Stimme der Medien mal erheben, weil die sonst ein bisschen untergeht. Ja, noch lauter. Ich brauche echt ein Mikrofon, ja. Dann der Zeitplan vielleicht, ne. 5G, zunächst mal über die Jahresachse. Axel, das wird standardisiert und zwar bei einer Organisation, die heißt 3GPP. Und die ist relativ simpel organisiert, die bringen immer Releases raus, Versionen. Und die zählen einfach hoch. 14, 15, 16, 17. Momentan sind wir bei der Standardisierung von Release 15 und 16. Und das geht einfach immer weiter. Man hat festgestellt, das ist schwierig in der Kommunikation. Das versteht keiner, ne. Deswegen hat man am Ende einfach Werbepackungen geschrieben und hat gesagt, okay, ab bestimmten Versionen nennen wir das 4G oder jetzt 5G. Und 5G ist ab Release 14 bzw. 15 bekommt es den Stempel 5G. Und das wird irgendwann ab 6G wieder so sein, damit man es einfach leichter versteht. Also die Generation, der Generationsname ist im Prinzip eine Werbepackung. So, dann. Genau, das zieht sich also hin und das setzt sich auch in die Zukunft fort. Und alles, was in der Vergangenheit im Prinzip standardisiert wurde, ist integraler Teil dieser Standardisierung. So, jetzt ist es so. Offiziell soll 5G zu den Olympischen Sommerspielen in Japan im Jahr 2020 eingeschaltet werden. Trotzdem haben wir gesehen, manche haben schon Netze in Betrieb. Die Standardisierung ist im Laufen. Das liegt daran, dass bestimmte Teile schon relativ fest sind, klar sind und man will natürlich immer der Erste sein. Das finde ich noch spannend und zwar, weil es mal so einen Blick darauf wirft, wie in der Vergangenheit die Lebenszyklen der einzelnen Generationen waren. Das ist eine Quelle von der GSMA Association. Das ist also ein Verband von Mobilfunkern. Und zwar, die haben immer den Zeitpunkt gemessen vom Start bis zur Spitzennutzung. Und zwar für die erste Generation, die zweite Generation, das kennt man mit GSM, dritte Generation UMTS und die vierte Generation LTE. Und wir behaupten, das wird bei 5G nicht anders sein. Es sind nämlich immer 20 Jahre vom Start bis zur Spitzennutzung. Und das zieht sich hier so weiter. Deswegen sind wir momentan noch nicht mal bei der Spitzennutzung von 4G. Die werden wir für 2030 eher erwarten. Und von 5G haben wir nicht mal gestartet. Woran liegt das? Wir bekommen ja alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Das Smartphone neu zu kaufen, ist die eine Sache. Die Infrastruktur darunter zu erneuern, ist eine ganz andere. Weil Infrastruktur, da muss ich Türme angehen. Ich muss Spektren einkaufen. Die müssen sich betriebswirtschaftlich amortisieren. Das ist eigentlich so, wie ich meineitore sind. Das ist wichtig.